Der folgende Beitrag ist ein Gastbeitrag bei Hallo Meinung. Wir bitten Sie, unsere Arbeit zu unterstützen. Näheres dazu erfahren Sie im Begleittext. Vielen Dank! Freiheit – weiterhin selbstbewusst bleiben und nicht aufgeben Ein Beitrag von Helmut Gritzahl Lieber Peter, was die Wahlen angeht, ist bestimmt so mancher blauer Wähler enttäuscht. Ja, ich muss zugeben, auch ich habe für die AfD in Sachsen damit gerechnet, dass sie zwischen 33 und 35 Prozent der Stimmen bekäme. Nun, es kam nicht so. Und doch muss man anerkennen und Respekt haben vor den Bürgern in diesen beiden östlichen Bundesländern, dass mehr als 30 Prozent der Wähler in diesen beiden Ländern, die einmal zu Mitteldeutschland gehörten, die AfD gewählt haben. Diese Bürger haben sich nicht verführen lassen und hatten die raffinierten Strategien der Altparteien und Medien erkannt, die diese einsetzten, um an der politischen Macht zu bleiben. Es ist nun einmal in Deutschland geschehen, dass die Leitmedien in diesem Land nicht mehr Säulen einer freiheitlichen Demokratie sind, also nicht mehr die sogenannte vierte Gewalt verkörpern, welche die Regierung zu beobachten und kritisch zu begleiten haben, sondern Sprachrohr der politisch verantwortlichen Obrigkeit wurden. Ebenso hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen den gebotenen Neutralitätsstand verlassen und zeigt klar und deutlich für einen politisch interessierten und kritischen Bürger auf, dass deren politische Sendungen und Beiträge von einem rot-grünen Zeitgeist bestimmt werden. Und Bürger, die politisch mehr oder weniger links eingestellt sind, werden dies auch weiterhin für gutheißen. Diesbezüglich dürfen sich freiheitliche, demokratische, patriotische Bürger nichts vormachen. Unmittelbar nach dem Wahlende, 18 Uhr, haben die Altparteien und Medien, besonders ARD und ZDF, sofort weiterhin die Strategie der Verteufelung gegen die AfD und insbesondere gegen Herrn Höcke, Wahlsieger in Thüringen, gefahren. Ich habe jedenfalls eine Gratulation des politischen Gegners an den Wahlsieger nicht vernommen. Vielmehr wurden die Worte rechtsextrem, Nazi und rechtsradikal im Zusammenhang mit der AfD ausgesprochen. Und man hat kaum eine Möglichkeit, gegen solche negativen Äußerungen ein Kontra zu setzen. Die alternativen Medien haben zum größten Teil sehr neutral bis hin zu positiv über die AfD berichtet. Und diese Realität, das Bestehen der alternativen Medien, ist ein Lichtblick in dem heutigen Deutschland. Aber dies reicht zum jetzigen Zeitpunkt eben noch nicht aus. Die Beiträge der alternativen Medien schauen sich zwischen ein und zwei Millionen Menschen, manchmal auch etwas mehr, an. Aber ARD und ZDF erreichen eben in der Regel mit ihren Sendungen zumeist bis zu 20 Millionen Zuschauer. Diese Tatsache ist eben ein Hindernis, das kaum überwunden werden kann. Und weil das so ist, ist es dann wichtig, nicht in eine negative Denkweise zu kommen. Zum Beispiel, es lohnt sich nicht, es ändert sich nichts, es ist nicht zu schaffen, es ist alles umsonst und so weiter. Aber da hilft uns Bürgern, die eine politische Veränderung möchten, die deutsche Geschichte weiter. Generationen vor uns haben Menschen in Deutschland um bürgerliche Freiheiten gekämpft. Diese Bürger, Männer und Frauen, Arbeiter, Angestellte, Selbstständige, Bauern, hochintelligente Personen oder einfach Leute, Freiheitsdenker, Patrioten und Familienmenschen wurden von den verantwortlichen Obrigkeiten verfolgt und viele davon im Gefängnis eingesperrt. Und es kostete auch Blut und Leben. Obwohl dies so war, blieben diese Bürger auf dem Weg der Freiheit und ließen sich nicht zerbrechen. Warum? Sie trugen die Fahne der Einigkeit, des Rechts und der Freiheit, schwarz-rot-gold, nicht nur in ihren Händen, sondern auch im Herzen und im Denksinn umblendeten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht aus. Und dies manchmal über viele Jahrzehnte. Sie gaben nicht auf. Die anstehende Wahl im Bundesland Brandenburg wird unter dem Strich ebenfalls keine politische Veränderung herbeiführen. Die AfD wird wohl auch in diesem Bundesland stärkste politische Kraft werden. Aber auch dort werden sich Dreierbündnisse bilden und eine linksgerichtete Politik fortführen. Als ein Deutscher, der unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde und als Kind und Jugendlicher bis hin zum Alter eines jungen Mannes erleben konnte, wie eine starke CDU-CSU das politische Geschehen in der alten Bundesrepublik gestaltete und mit Herzblut dazu beitrug, dass sich der Wohlstand für die Bürger in Deutschland vermehrte, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass eine CDU-CSU sich einmal auf die politisch linke Seite stellen würde und liberal-bürgerliche, konservative Bürger im Regen stehen lässt. Lieber Peter, aufgrund unseres Alters werden wir wohl einen demokratischen, liberal-bürgerlichen, patriotischen Sieg der politischen Farbe Blau in Deutschland für ganz Deutschland schwarz-rot-gold nicht erleben. Aber ein Teil der jungen Generation gibt Hoffnung. Sie setzen immer mehr auf die AfD und kommen mit ihrem Bewusstsein ständig mehr zur Erkenntnis, jeder Mensch hat nur ein Leben. Und dieses Leben soll in Frieden, Freiheit, Gleichberechtigung und in Wohlstand gelebt werden. Und aus diesem Bewusstsein heraus wird die jüngere Generation eine politische Veränderung herbeiführen. Aber es wird hierzu noch einige Jahre dauern und man kann nur hoffen, dass es dann für die Nation Deutschland und ihre Bevölkerung nicht zu spät ist. Es grüßt Dich, Helmut Gritzall Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Bankverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge von Peter Weber und Hallo Meinung finden Sie in den sozialen Medien wie zum Beispiel YouTube und Facebook. Vielen Dank!